20.000 Euro möchte die Kita Haus der kleinen Sträuche für ein neues Spielgerät auf dem Spielberg bekommen. Grund genug sich die Kita einmal anzusehen. Die Kita haben wir gefunden, einen leeren Spielberg nicht. Wie auf den Bildern zu sehen, Spielgerät ist massig vorhanden. Auf einer Seite befindet sich ein Abhang. Soll das der Spielberg sein? Aber auch dort jede Menge Spielgerät. Einen leeren Spielberg fanden wir nicht. Dafür sahen wir ein heruntergekommenes, ungepflegtes Gebäude, das dringend saniert werden sollte. Wer ist eigentlich verantwortlich dafür, dass das Haus so heruntergewirtschaftet wurde?